Und the next and the only one nur noch 180 Och Gott, wieso denn hier durch? Und damit haben wir auch das erledigt Und das war nice gebremst, würde ich sagen, Leute Okay, dann fangen wir mal einfach an Wie eigentlich immer, erst mit den Mautstellen Einfach nur, weil ich ja eigentlich die Karre da testen will Aber leider haben wir ja nicht die Karre gekriegt, die ich gerne haben hätte wollen Leider, aber ist ja nicht schlimm Dann bleiben wir erstmal hier bei der Gucken, dass wir dann halt den CLK kriegen Einfach nur, weil ich möchte hier gerne individualisieren Halt und putze Und mein Auge juckt logischerweise, wer hätte es denn gedacht? Ich habe heute ein juckendes, ein durchgehend juckendes Auge Nein Oh Alter Natürlich Ja gut, Hauptsache ich berühre dich erstmal zweimal Alter, dieses Auge, was soll das denn jetzt hier wirklich gerade? Hallo Maaan Ich mache hier gerade gar keinen Zeitbonus, ne? So gar nicht Na komm rum 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 mit dem Hack Natürlich, ich habe gesehen, wie er rüberziehen gezogen hat Aber deswegen hat er noch gehobt, aber ich habe es gut Gott sei Dank noch hingekriegt Ein bisschen Zeit gut habe ich jetzt, aber nicht viel Alter, wirklich jetzt Na nicht so weit raus, ne ich so weit raus So So Läuft gerade gechillt Natürlich, du bist zur letzten Ausstelle Warte, klar Also Au... Au... Sagt noch Jikes Au, es kommen noch irgendwelche Stellen, wo du so denkst, so what the hell were they darauf habe ich aber gar nicht geachtet aber egal wir haben es geschafft fertig gemacht um an mich anzukommen sie hatten nichts mit einer sache zu tun und glaub mir die meisten wollen dass du dafür bezahlst denk daran wenn du nach rockpott kommst die frage ist habe ich jetzt habe ich den rockpott schon frei oder fehlt mir das noch ja ich habe eigentlich alles frei natürlich hatten die vielleicht nichts damit zu tun aber ich muss ja irgendwie die besiegen um an dich ranzukommen also hol mal leise also diese sonne also diese sonnenstrahlen bei den textur für die immer noch interessant war ich die richtige route ja ich habe richtig ist das hier eine ruhige mautstelle da scheint hier eine ruhige mautstelle zu sein sie so viel sonne ich muss jetzt erahnen was die phase ist oder was die stand jetzt richtig scheiße aber man merkt langsam je weiter ich in dieses spiel reingehe und so länger kann es dauern bis ich zu einem blacklist fahrer kommen was aber absehbar war weil es natürlich auch immer mehr wird mehrere ansprüche und alles dieser regen in der ganzen aufnahmesession heute macht spaß ich sehe so viel hallo dankeschön aber bitte mal nicht weiterhin in die richtung sonne fahren bitte jetzt habe ich übrigens auch mal kai fahrt wegen verkehr doch so Tosh! Tosh! Durch Ich dachte, da kommt wieder eine SMS So, wir haben noch einen Aber das ist das Maximale Das ist maximal, das ist minimal Ich konnte leider nichts an der Geschwindigkeit verändern Ich habe keinen Nähdrauch dafür Um das zu stabilisieren Ja, ich weiß, was du versucht hast Ich hatte die abkürzungen Au Wie viel Abstand habe ich hier 50 Danke Das ist ja da vorne so viel Abstand Hier fällt mir übrigens 0 Au Natürlich Ich habe das Auto nicht sehen können Oder was Jetzt sind wir hier Nur noch 30 Knapp Der darf keine 3 Sekunden So weit vorne sein Und der nimmt gerade ganz schön Abstand auf Ja, super Weil der aber auch Abstand genommen hat Ey, das ist der Wahnsinn Ein bisschen, so Der ist mir aber auch davongeschossen Wahnsinn Danke Ich weiß aber auch nicht, warum Wenn ich das jetzt nicht Reguliert hätte, wäre ich safe Umgecappt Fick dich Ah, ich hast mich schön ausgebremst Wow Wollen Da wollte mein Heck aber schneller vorne sein als ich Bei ihm auch Nicht schon wieder Kann man mal einer sagen, warum ich immer genau an dieser stelle unbedingt ein taxi rammen muss Sauer Wow Warte, 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 warte Das war Fail, was ich gemacht hab mit dem Speedbreaker Alter, ich bin Äh, ich bin Zweiter nur Und der nimmt wieder ab Natürlich nimmt der wieder Fahrt auf Alter, warum immer so kurz Immer so kurz das hier sind die 300 kmh schnell Ich kapier's nicht Ich kapier's einfach nicht Ich habe aber auch einfach keine gute schnelle Also die Karriere ist da schnell Aber auch nicht schnell genug, wie's aussieht Jupp Jetzt habe ich glaube ich bin wieder an dieser Stelle wo ich unbedingt ein Auto Was? Ich bin's Was? Was ist denn jetzt mit dem Gummiband falsch? Und ich bin wieder Zweiter Alter, warum? Was ist das denn? Ich bin... Warum habe ich denn so Probleme gehabt mit diesem Rennen? Immer kurz vor Ziel bin ich auf einmal nicht mein Erster Und es war noch keiner im Ziel Und die Wand beruht mich Halt! Verlang ab Wunsch Ich bin's Wunsch Ich bin's Wunsch Wunsch Ich bin's Wunsch 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 Ich kann nicht Geschwindigkeit aufbauen, leider. Ich kann nicht die Ausbildung aufbauen, aber ich kann nicht die Ausbildung aufbauen, aber ich kann nicht die Ausbildung aufbauen. Ich kann nicht die Ausbildung aufbauen, aber ich kann nicht die Ausbildung aufbauen. Ich kann nicht die Ausbildung aufbauen, aber ich kann nicht die Ausbildung aufbauen. Ich kann nicht die Ausbildung aufbauen.